Wernst du, ich komme ein So. Hi. Okay. Ich dachte, ich mache auch mal wieder eine Task. Oh Gott, bei mir! So Psydoloaschke. 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 jetzt einmal geschafft zu lösen, aber ich check's einfach nicht Noraschka lebt noch Noraschka? Ja, ich leb noch Ihr habt vorhin irgendwas von der Mumie gesagt Ja Vigi ist ein fies Ding, ich bin dafür, dass wir ihn rausboten, weil er Xan mobbt Hallo? Wer? Wer? Vigi mobbt Xan Er hat so nett einfach die Runde um die Lateine gemacht, die wollte da mitmachen Und der kommt einfach da hin und sticht rein Und meine Mutter war halt böse Ja, aber wenn der rein sticht, dann ist er ja nicht so böse Warum darf ich jeder so laut bin? Xan hat so friedlich die Runde um die Lateine gedreht, da wollte er auch mitmachen Ich hab Angst Da war keine Gefahr für irgendwen Das ist wie wenn du auf die Straße gehst und ein Katzenbaby erschießt Xan ist kein Katzenbaby Ja, aber da ist genau die gleiche Gefahr, die davon ausgeht Nein Bei der Schießen Katzenbaby Bei der Schießen Katzenbaby Der frühe Clarit Der frühe ige Untertitelung. BR 2018 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Ja. 1 und noch. Schön 14 voll. 1 und noch 14. Oh. Nein! Es ist Trex! Es ist Trex! Es ist Trex! Komm, wir wurden jetzt Trex. Trex hat sich verwandelt vor meinen Augen. Die ganze Zeit... Ich versteh das nicht. Das Spiel macht irgendwie Faxen. Das ist jetzt nicht da. Warum ist denn dieses Kaffee-Kick jetzt gekommen? Ja! Ich habe sehr lange einen Meter neben mir. Mann, ich musste mich doch nur zurück verwandeln und sich töten. Das war sehr gut. Beclaim er hätte die Waffe nicht. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.